so jetzt so willkommen zum wahrscheinlich letzten video 2015 15 ja ich glaube ich glaube heute 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 ist glaube ich was das heute silvester 31 ist heute der 31. ja es ist heute 20 uhr 30 spiel hier brawlhalla gibt es auf steam gratis und da gibt es halt diese also es ist wie smash auf den nintendo konsolen man kennt es ist nix mehr ist nix mehr als drauf kloppelei und ja man kann sich hier sein charakter auswählen es gibt viel mehr aber die muss man sich irgendwie erst durch spielen freischalten und in online spielen kriege ich nur aufs maul weil irgendwie der neuling direkt gegen typen spielen muss die schon alle skins haben alle legendaries haben und so weiter und so fort deshalb nur eine runde offline und ich bin auch super müde und wir spielen einfach mit wer ist der charakter weiß es gar nicht man kann hier seine farbe ändern ich nehme das ist die standardfarbe ich nehme immer die braune farbe für den typen weil er dann cool aussieht man kann hier seine skins verändern das heißt man kann dem ein anderes gesicht geben man kann eben auch andere waffen skins geben und auch noch mal andere waffen skins geben und andere waffen skins geben nein das ist glaube ich die stand und ja wird war mit dem spielen wir jetzt gegen vier bots und wir nehmen einfach irgend eine random stage und gegen vier andere bots ähm ja spiel ist ein bisschen laut wenn ich äh so jetzt sollte es klappen ist nichts anderes als smash man hat hier seine waffen die muss man erst aufheben und wenn man die aufhebt dann kann man mit x x schlagen y stärker schlagen und den y schlag kann man da nochmal aufladen und man hat in jede richtung in den anderen angriff man kann auch bomben werfen und dieses horn nehmen oder seine neue waffen okay waffen kann man mit r1 wegwerfen machen schaden und vor sich einfach durch den boden gespringt ich glaube es hat man kann auch mit seinen fäusten kämpfen aber naja wenn man waffen hat sollte man sie auch verwenden weil sie machen mehr schaden und man kann auch die schose aufladen das habe ich zwar schon mal gesagt aber ich sage es euch nochmal man kann auch so eine art stands machen da kann man für irgendwie eine halbe sekunde nicht angegriffen werden also ganz kurz wenn ich einmal auf die trigger gehe ich bin ganz links kann ich einen auf den hier machen und bin dann unverwundbar ganz kurz auch nicht ich habe fett eins aufs maul aber ich habe schon sieben kills ich spiele glaube ich nur gegen medium bots ähm ja au oben rechts sieht man wie viele abschüsse ich habe und die gegner haben und das farbige daneben ist wie viel schaden man hat also es geht von weiß auf gelb zu orange zu rot und bei rot hat man so eine den meisten schaden und je mehr schaden man hat desto weiter fliegt man weg so ganz kurz das spiel erklärt und ich versuche die ganze zeit immer diesen x schlag auf zu auf auf laden obwohl das eigentlich gar nicht geht man kann nur den y und den b schlag auf laden der b schlag ist eigentlich nur dasselbe wie der y schlag ich glaube nur einer meiner freunde spielt das und er ist gerade nicht online sonst würde ich mit dem spielen ich kriege einfach aufs maul was ist das denn fett eins aufs maul ich kriege fett aufs maul boah ich komme überhaupt nicht drauf klar 5 4 3 2 1 ok ja slow clap animations ne ich glaube ich wollte doch über irgendwas reden ne ähm ich stelle mal alle bots auf hart damit ich noch schlechter reden kann äh ja und ne mal den hier der ist auch cool äh ja ich kann ja nichts ändern weil ich nichts gekauft habe ich sei Roland ähm 2015 war für mich ein bisschen komisches jahr ähm schon als kleinen rückblick äh ich wollte noch ein paar änderungen ändern aber egal 2015 war ein komisches jahr äh keine ahnung einfach alles irgendwie komisch ich habe irgendwie 20 abonnenten verloren und 20 dazu bekommen äh ja ok dün dün ähm ich habe die stans die ich verwenden kann ähm zudem war es ja noch das problem mit dem internet dass ich irgendwie mal internet hatte und mal nicht und jetzt habe ich wieder internet das ist cool aua und ja jetzt habe ich internet auf jeden fall habe ich jetzt sicher die 120k leitung und auch doppel knockout bam und ja das mit den ambulanten brummt mich ein bisschen ähm kann sein dass ich irgendwie ein paar wochen lang nichts hochgeladen habe fette lanze ähm aber ja ich versuche für 2016 äh wieder wenigstens ein paar videos hochzuladen ähm ich habe es ja jetzt die letzte dezemberwoche versucht mit einer einem video am tag hat jetzt nicht so geil geklappt vor allem weil ich nie was aufgenommen habe sondern immer nur alte videos genommen habe und ich versuche halt was also viel mehr aufzunehmen und nicht so viel aufs maul zu kriegen was ist denn los ähm ja also ich sollte viel mehr aufnehmen äh das sollte mit meinem neuen pc dann noch besser klappen den ich dann hoffentlich Anfang des nächsten Jahres bekomme also in ein paar Tagen äh ich werde meinen pc aufrüsten und dann werde ich dazu wahrscheinlich auch ein video machen tot äh ich kann ja feine nicht angreifen solange die noch gespawnt sind ähm ja keine ahnung ich mache das jetzt auch schon über zweieinhalb Jahre und ja ich versuche da auch mal ein bisschen mit ich möchte den Lanze nicht haben äh yeah eigentlich wollte ich den Lanze nicht aber egal äh ich versuche mit ein paar Freunden äh auch äh Videos zu machen weil die haben jetzt auch ein paar Kanäle äh vielleicht schaffe ich es mit denen auch Videos zu machen wenn nicht dann äh halt schade und ich bin irgendwie in der Luft äh oh mies au fett eins aufs Maul aber ja können wir vielleicht alle dieses Spiel zusammenspielen zu zippt oder so boah muss das mies sein ey zu zippt dieses Spielspiel oh fuck 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 oh 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1, weg! Au! Natürlich laufe ich in die Mühle weg! Wuh! Mama! Äh! Äh! Au! Aufs Maul! Boah, dieses Wappenset ist ungewohnt! Ich sollte mehr reden! Aua! Aua! Und die Stage kenne ich auch nicht! Super! Man kann Wandsprünge machen! Volljumps! Volljumps, my friend! Und ich wollte mehr CSGO machen! CSGO wollte ich auch mehr spielen! 2000! Aua! Aua! Hoho! Oh, das war schön! Dieses Spiel braucht einen härteren Schwierigkeitsgrad, ey! Dominator! Meine Nase juckt! Ähm, ja! stencil! Brawl! Halla! Baa! Baa! Jetzt muss ich das Spiel verlinken und alles heute noch machen! Baaa! Ist das eh neupft! Ich hab schon wieder 9 Abschüsse! Wollt ihr mich eigentlich komplett verkack eiern! So schlecht wie ihr seid? dő, dő! Boah, dieses Set ist aber auch geil. Alle Sets sind geil. Ah, fuck. Das war dumm. Ah. Au. Einfach nix sagen, atmen und aufs Maul hauen oder aufs Maul kriegen. Au. Und nochmal Rettung. Au. Tot. Ups. Das war mies. Ähm. Noch irgendwas, was ich ansprechen wollte. Neuer PC. Auf jeden Fall. Dass das Internet jetzt funktioniert, habe ich auch schon angesprochen. Dass 2016 mehr auf diesem Kanal passieren muss. Ah. Ah. Das bespreche ich dann im Hauptmenü. Ich habe einen Zweitkanal. Ich habe einen verkackten Zweitkanal, auf dem ich so Real-Life-Scheiße hochlade. Das heißt, so Videos, die ich, ähm, die ich, die ich, die ich, die ich, die ich irgendwie unterwegs aufnehme. Mit dem Handy. Die lade ich dann auch eigentlich mit dem Handy hoch. Auf den Zweitkanal. Auf den Zweitkanal. Und da findet ihr Real-Life-Scheiße. Und weil dieses Spiel so komisch ist zum Aufnehmen, habt ihr immer diesen schwarzen Rand außenrum. Ja. Ist halt noch eine Beta. Also kann sich noch viel tun bei Brawlhalla. Ähm. Free-to-Play. Auf Steam. Brawlhalla. Kann ich verlinken. Mein Zweitkanal kann ich verlinken. Mein Kanal kann ich verlinken. Mit der Custom-URL. Die nicht jeder hat. Und. Irgendwas war noch. Irgendwas war noch. Ah ja. Guten Rutsch. Guten Rutsch.